SOMER SPORTS! 7. Runde Admiral Bundesliga Wir sehen die beiden Mannschaften, der jetzt gab es pundliche Wurscht im Graz und der FC Red Bull Salzburg. Der Schiedsrichter heute, Julian Weinberger, assistiert von Maximilian Kolbisch und Stefan Tichter, Vier-Kommerzielle Dani Tichter und wie wir siehst, der Referee heute, Harald Lechner, assistiert von Markus Ducci. Genau, alles für die Sporten heute. Das Auswort lauft euch heraus, kann man und darf man ruhig hören. Auf geht's! Lachen 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 Applaus 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 Dinge, die es im Stadion nicht bestandet hat. Applaus Und wir brauchen bei unseren Kurschen die Lücke Nummer 10, eine gewaltende OTAI! 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 63 Minuten! Das Spiel ist gebrockt! 2 zu 1 für den letzten Kampel! Das Spiel ist gebrockt! Und wir werden uns in den Kurschen, bei unseren Schildern, in der wir mit den Schildern, wieder auf den Seier! Maggfried! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.